Wie wir die konkrete Rechnung umsetzen in Maya mit Hilfe von speziellen Nodes, um den Skalierungsfaktor für diese Joints auf dem ScaleX-Wert herauszubekommen, darum kümmern wir uns in diesem Video. Und zwar, wie fangen wir damit an? Als erstes Window, Node Editor. Einmal den Editor aufmachen. Und dann hier einmal reinklicken und die Tabulator-Taste drücken. Was wir brauchen ist ein sogenannter Condition Node. Nochmal auf die Tabulator-Taste, Enter, dann sollte er eigentlich auftauchen. Irgendwo habe ich mich verklickt, Condition und dann ist unsere Condition 1 auch wirklich hier am Start. Was brauchen wir noch? Nicht nur Condition, sondern auch einen Multiply Divide Node. Damit kann man, wie der Name schon sagt, eben ganz normale Multiplikation, Division und so weiter durchführen. Und wofür ist dieser Condition 1 Node da? Ganz einfach, um hier zwei Werte zu vergleichen und dann zu sagen, was passiert oder passiert etwas, wenn der Wert gleich ist, ungleich ist, größer als und so weiter. Da muss ich dann gucken, wie ich das dann eben einstellen muss gleich. So, wir müssen rechnen mit der Länge der Kurve. Deswegen ist das auch das Nächste, was wir auswählen. Outliner, die Kurve auswählen und dann in die Channel Box und dann suchen wir uns hier Curve Info 1 Node hinaus. Wieder in den Node Editor und dann hier oben über dieses Icon fügen wir das, was wir gerade selektiert haben, hinzu. Bisschen aufräumen, Condition 1, Curve Info 1, Multiply Divide und das, was da dran hängt, können wir eben hier an dieser Stelle belassen. Oder aber wir wählen es aus und sagen, der Papierkorb ist nichts Gefährliches, sondern Remove Selected Nodes from Graph. Das heißt, wir können die hier einfach ein bisschen optisch aufräumen, sodass uns der Rest, der ganze Anhang da nicht wirklich stört. Und wir können wieder ungestört weiterarbeiten. Jetzt kann man sich im Prinzip aussuchen, wie man weitermacht. Wir können hier im Node Editor bleiben. Trotzdem zeige ich einmal die andere Variante. General Editors, Connection Editor, da möchte ich hin. Und zwar möchte ich auf die linke Seite jetzt quasi die Curve Info Node laden. Ich wähle die also hier im Node Editor aus. Reload Left und habe hier Arc Length, was ich gleich übergeben möchte, an den Condition Node hier. Reload Right. Und das Ganze kommt hier von Arc Length von da nach da in den First Term hinein. Heißt also, der Condition Node wird gefüttert, First Term mit der Länge der Kurve, mit der Originallänge der Kurve an dieser Stelle. Das ist also eine Variante, die Verbindung hier im Node Editor über den Connection Editor vorzunehmen. Oder aber, das ist ja eigentlich ja nicht ganz so optimal, weil ich dann schon wieder ein neues Fenster habe, was vielleicht stört, nervt, wie auch immer. Das heißt, ich kann das auch alles hier im Node Editor machen und zwar wie folgt. Ich muss sowieso jetzt nämlich noch eine Verbindung vornehmen. Und zwar kann ich hier einfach auf den Punkt gehen, der hinausgeht aus dem Curve Info 1 Node. Klick da drauf. Dann kommt mir hier ein Menü aufgepoppt, was mir sagt, was möchtest du als Ausgang nehmen? Arc Length. Da klicke ich einfach drauf und dann wird das ausgewählt. Hier mit so einem Gummiband in Gänsefüß hier nenne ich es mal. Und das geht in den Input 1x von dem Multiply Divide Node. Kurz Anmerkung, interessante Info einfach nur, falls sie Maya auf einem Mac ausführen. Man könnte diese ganzen Geschichten auch unter Window Rendering Editors Hypershade machen. Auch hier würden dann in der Work Area diese Nodes auftauchen und ich könnte die Verbindungen vornehmen. Nur als Brandnotiz in dem Fall auf dem Mac, zumindest auf den Systemen, die ich alle zur Verfügung hatte bisher, lief der Hypershade gerade bei den Verknüpfungen hier sehr instabil. Mag am System liegen, wie auch immer. Also nicht wundern, falls das aus irgendeinem Grund vielleicht auch bei Ihnen vorkommt. Ja, ich würde einfach am Mac wirklich eher den Node Editor präferieren. Gut, aber machen wir weiter in der Rechnung. Wir haben den Condition 1 Node mit der Arc Length gefüttert und wir haben den Multiply Divide 1 mit der Arc Length ebenfalls gefüttert. Das nächste, was wir machen müssen, ist Condition 1 hier den Second Term auch mit diesem Wert, also dem Wert der Originallänge der Kurve zu füttern. Warum? Ganz klar, der hier ist gefüttert von dem Curve Info 1 Node. Der ändert sich also immer. Das heißt, hier ändert sich allerdings nichts. Diese Originallänge, diese Zahl bleibt immer gleich. So, und diese beiden Werte, die vergleiche ich natürlich miteinander. Und es passiert im Prinzip nur etwas, wenn das Ergebnis größer als ist. Nur wenn das Ergebnis dieses Vergleichs hier auch wirklich größer als 3.243 ist, dann passiert weiter was. Und zwar, was passiert? Das Ergebnis aus dieser Rechnung hier später wird genommen und weitergegeben. Ganz später eben auf die Scale x Werte der Knochen. Das Ergebnis bedeutet aber Multiply Divide 1. Ich gehe hier auf den Ausgang und schnappe mir Output 1x von dem Multiply Divide 1 Node und packe den hier nochmal in den Condition 1 rein. Und zwar in Color If True, also nur wenn der Vergleichswert größer ist als 3.243 passiert was. Color If True, wir rechnen mit einer Zahl, also wirklich Color If True eher dort hinein. Um die Rechnung jetzt zu vervollständigen, müssen wir hergehen und im Multiply Divide 1 zunächst einmal hier die Operation auf Divide stellen. Also wirklich das, was wir vorhin gerechnet haben, die langgezogene Länge durch die Originallänge, also Operation auf Divide an der Stelle erst einmal. Und welchen Wert füttern wir hier in den Input 2? Das ist aus dem Condition 1 der Second Term. Also Output aus Condition 1 und zwar Second Term, den wir ja hier gerade per Hand eingegeben haben, nämlich die Originallänge der Kurve, geht hinein in den Multiply Divide 1 und in den Input 2x hinein. Das heißt, hier wird geteilt, Divide, Operation Divide und es passiert genau das. Die langgezogene Länge der Kurve wird geteilt durch genau die Originallänge, die durch diese Übergabe hier immer gleich bleibt, wobei sich die eben verändert. Und im Moment sind beide Werte einfach gleich. Das heißt, mit diesen 1, 2, 3 Nodes und diesen Verbindungen habe ich die Rechnung, die ich so verbalisiert habe zunächst einmal, in Maya realisiert. Und das ist genau das, was ich zu diesem Zeitpunkt auch wirklich wollte. Mal sehen wir uns beimamentar hin. R duaurus Amения Vora Junt